Let's get this party started! Fikijam! Ich habe ein paar Sachen auf Tiger und Jazzbass gelegt. Das ist meine Hilfe. Es ist so, dass er 251 rankt. Also ist er unter uns ein rankt. Was? Aber... Das bedeutet, dass wir nichts davon bekommen? Schau, Wizard. Die Stimme ist auch Teil der Konkurrenz. Ja, mach eine Schau, Junge. Das wird Spaß. Wo ist mein verdammt Geld? Wir werden da in der Zeit kommen. Es scheint, dass er 6 von 6 gegen Dreys Joe bekämpft. Was? Du hast den Star verloren verloren. Ja. 6 Mal in der Reihe. Und dann wurde er geblendet. Was? Wer in der Hölle ist dieser Typ? Er ist großartig. Wir werden dich heute mit mehr Details beitragen. Wir schauen ihn noch immer noch. Gut gemacht. Gut gemacht. Wir machen uns nicht mehr. Wir machen uns nichts. Das wird gut in der langen, Wizard. Ja, aber was mit den größeren Fischen in der Ön? Wir können nicht unser Zeit mit diesem kleinen Frye. Wir müssen unsere ranken einmal nachzudenken. Das ist wie das System rollt. Screw das System. Ich will nur meine Arsch aus der Wasser. Du solltest über das gedacht haben, bevor du die Hände in den Kopf hattest, Wizard. Hast du nicht was zu tun, Kat-Man? Heyo, Herr Shade! Ich habe deine Nummer von meinem Anker bekommen. Er ist auf einer 3-Dage-Junk-Konferenz. Auf jeden Fall. Ich hoffe, dass wir noch ein paar andere Mal wieder aufhören können. Ich wollte ein paar Tipps. Aber, hey! Well, mach deine Zeit. Ich werde hier sein, bis Uncle Hog zurückkommt. Wo ist Nab? 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 Ich würde mich sehr gerne sehen, wie viel der Hände hat sich verletzt. Ich möchte ihn auf den Grenzen, auf der sehr hohen. Ich möchte ihn schreien, auf dem Kraft des Welt. Ich möchte ihn schreien, auf dem Kraft des Welt. Schreien, schreien, schreien und schreien. So wird er noch besser rauskommen. Ich lerne viel über Menschen. Ich glaube, dass du es bist. Ich bin glücklich, dass wir ein bisschen extra Zeit haben, um ein bisschen schreien. Wer hat nichts über das Schreien gesagt? Wir haben Arbeit zu tun! Was ist das? Ich muss meine Arbeit zu beenden. Ich habe es weiter nach dem Weg zu beenden. Aber Mutter sagte, ich kann nicht bleiben, wenn ich nicht richtig studiere. Die Schule ist morgen wieder, also... Hast du eine Vakation in der Mitte September? Einige Kinder haben die Schule auf Feuer. Also hatten wir einen kurzen Recess, bis sie die Sachen fixieren. Das ist okay, aber ich werde meinen Laptop für die Online-Klasse nutzen. Ich habe es alles herausgefunden. Einige Kinder setzten die Schule auf Feuer? Ja! Meine Schule ist mit Vandals, Bullies und Hardcore-Delinquents. Ich bin glücklich, dass ich rausgekommen bin. Es fühlt sich fast, als ob ich jetzt in Probation bin. Ist das so schlecht? Schade. Die Schule ist hell. Und alles war okay. Sollen wir gleich mal zu Fancy-Jack? Nein, erstmal möchte ich gucken, ob wir in Rambler und Gambler... Vielleicht... Ach komm. Die haben doch sowieso nichts. Erst zu Fancy-Jack. Und wir reparieren unseren Mech erst dann, wenn ZZ mal wieder da ist. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir demnächst mal wieder so ein kleines Update von ihr kriegen. Vielleicht reparieren wir dann mehr für das gleiche Geld. Oh! Hallo, Shade! Great fight, jesterne Nacht, Mann! Also, wie ist dein Tag heute? Hast du, äh... einen Moment, um etwas Künstler zu tun? Still auf für das? Ich habe dir gesagt, ich bin kein Lady-Killer. Ja, ich weiß. Aber... Wer soll ich mich anwenden? Du könntest immer nach Hogg fragen. Unckel? Siehst du, wie ein Müll er ist? Er hat Kinder im Land. Er hat genug Ex-Wives to assemble an army. Sounds like an experienced fellow to me. Ah, I want none of that experience. You see, I'm old fashioned. I like the damned romance. Ja, I wanna... Stand together in the rain. Hold hands. And all that bullshit. That's all I want from me. I want it to play out like a K-drama. You're into Korean stuff? Hell yeah! They're the best! Hell yeah! They take things slowly. Though it seems like Korean mothers aren't exactly easy to handle. You tell me. You're into that as well? Well... I can recommend you some stuff if you want to. Hey, two of boxes of surprises. Okay. Jetzt abhängen. Haha. Wieder oben auf dem Schrottberg? Ja, cool. There are good K-dramas and there are better K-dramas. Well, what about bad K-dramas? There's no such thing, Jack. A K-drama has a moment, a context. Maybe you're just not in sync to really connect to it. Damn! You should take this stuff seriously. But there's a catch. A specific structure that squeezes every drop from that concentrated K-drama juice. Wow! Oh, what's that for a bit? That is what I call the K-drama curve. It is divided in three stages. Euphoria, Tragedy, and Recovery. Euphoria is the first stage, when the K-drama begins. We get to know the cast and everything is delightfully funny. We get thrown in all kinds of amusing situations. But romance is just starting to develop. Comedy is more important, really. Oh! I see. Then we enter the Tragedy phase. It starts as soon as the romance picks momentum. While love is blooming, unfortunate events are building up in the background. Everything goes wrong here. They break up, their parents are against it, they may get shot, whatever. Bottom line is, there's gotta be a proportional amount of bad shit going on, comparable to all previous laughter. Screenwriters might even try to kill one of the protagonists, but I never watched a K-drama that had the guts to do so. What you gotta know is, the darker it gets, the better. Okay. Let those characters starve for any kind of hope. Make them desperately long for each other, but none of them will give in. Oh! Amazing! After all the damage is done, and the audience simply can't take it anymore, it's time for the recovery stage. Here the characters heal, and some of the mess is fixed. But remember this, Jack. They must never fully recover to the point of reaching euphoria again. It must never go back to how it was. It's important that some wounds are still there. Holy fuck! Hell! That sounds good! Yes, but don't get too obsessed with this shit. The most important thing for a K-drama is to have a heart. If everyone involved is giving their all, then it's good. You really know a lot about this stuff. How the hell did you get to know the world of Korean drama? Red Cherry, hm? I used to watch it with Sherry and Neb. At first I was pushed into it. I thought it was a waste of time. So what about now? Jack. Oh, okay. If there's one thing worth living for... That's Korean dramas. Okay. Okay. Uh, yeah. Ist klar. Ich hab einen einzigen koreanischen Film. Und das ist einmal Cyborg, aber das ist okay. Alter, ist ja seltsam. So. Sagst du uns noch was dazu? Let's hang out again sometime. Jeder, jederzeit. Das mit fancy Jack ist auch immer sehr interessant, finde ich. Ich hab mal so... So fünf Minuten K-Drama-Reference-Zeugs in das Spiel reingepumpt. Das ist schon lustig. Dass da einfach so was random passiert und einfach drin ist. So, hast du was? So was aber auch. Ich hätte schwören können. Aber ich weiß, wo wir gleich was anstellen können. Zwei Sachen. Erstmal mit dem Bus in die City fahren. Und dann eventuell wieder bei sie ein bisschen rumexerzieren. Ist da die linke Wand auch ein bisschen aufgemöbelt worden? Nicht wirklich. Wie viel Kohle haben wir gemacht? 366. Nice. Eine Nikina-Statue. Ja, her damit. Automaten werden teurer. Tausend für da oben. Wow. Was ist da dazu gekommen? Kuma-Sumo? Also Sumo mit Bären, oder wie? Kuma ist, glaube ich, Bären. Ja, das ist auch nichts Neues. Geld investieren, um Geld rauszuholen. Geld investieren, um Geld rauszuholen? Okay, das kennen wir ja schon. Aber mehr geht hier nicht. Ne, passt. Die hat nichts Neues. Lass uns zum Hangar gehen, oder? Ich will halt jedes Mal auch wirklich alles überprüfen, falls man da wirklich irgendwo was hat, wo du sagst, ja, da wäre noch was gewesen. Hast du nicht gemacht. Von daher gehe ich dann doch lieber nochmal zum Midnight Rider. Siehst du? Siehst du? Siehst du? Siehst du? Oh, Fancy Jack! Oh. Oh, okay. Ich glaube, er hat jemanden, der die Räume anbaut. Er hat einen coolen Mech. Er hat sicher. Das Ding kann von Meilen entfernen, mit diesen stupiden, streckenen Armen. Er ist wie ein Punching-Sniper. Er ist sicher. Also, was willst du essen? Kaffioka! Hey, Mr. Romancola. Wie geht's dir? Hei, Mr. Romancola. Sehr gut so weit. Ja. Ihr habt euch wirklich einen Namen für euch. Kommt in die Geschichte der Stadt. Du weißt... Wir müssen, was wir müssen. Ja, ja. Ich hoffe, dass alles für euch funktioniert. Danke, Joy. Kommt auf jeden Fall. Meine Familie ist auf unseren Mech oder auf den Tag. Möchtest du vielleicht kostenlos Werbung auf unseren Mech draufmachen? Wir lassen sie jetzt nicht sterben, ob wir? Es scheint nicht so zu sein. Ich möchte das Spiel in Gänze. In Gänze erleben. Da möchte ich auch einfach solche kleinen... Konversationen mit dabei haben. So, die werden nichts Neues erzählen, nehme ich an. Von daher lassen wir hier den Tag beenden. Zeit, zu schauen, Leute. Tomorrow ist ein anderer. Was hat er mit ihr, Wizard? Möchtest du dein eigenes Geschäft, Kapitän? Ich möchte nur fragen. Ich bin zu tief in diesem dörten Pfeil von Scheppern. Wer sind sie? Wer sind sie? Wer sind sie? Die Scheppern, die du sprachst? Wer hat eine Krippe auf deinem Eier? Sind sie deine Mutter gefährdet? Sie ist... in einem selben Ort. Aber... ... ich kann sagen, dass sie sich umfassen. Also was sind sie? Obstere, Lohnscharke, Morgenskörner... ... was sind wir mit? Was sind sie mit? Was sind sie mit, Kat-Man? Ich möchte nur in das schauen, zu sehen, was ich tun kann. Und was genau kannst du tun? Etwas. Manchmal schreit es mich einfach, wie ich nichts über dich weiß. Du kennst mich, Wizard. Es gibt nichts mehr dazu. Hm... Nichts? Oh... Jetzt wird es wieder interessant. Ich habe meine Reisungen, hier zu sein, Kat-Man. Gott weiß, dass ich nicht hier sein würde, wenn es nicht für diese schuldige Situation wäre. Wie du... Ich glaube, dass er nur ein guter Zeit hat. Aber was ist es für dich? Warum steckst du mit diesem schuldigen Mech? Er hätte sonst nichts anderes. Und auch die Frau. Ich schweige einfach, dass der Wind blöde. Ich habe noch nicht viel mehr als das. Du klingst wie GW. Ich glaube, ich verstehe ihn jetzt. Mehr als immer. Honest. Die einzige Sache, die mich aufhören... ... ist ihr euch. Awww... Das Spiel macht einfach jedes Mal einen richtig geilen Job mit der Musik. Das liebe ich auch, dieses kleine Gitarren-Intro. Für die Tage. Nice. Wakey wakey, sleepyhead! Oh, vorm Gehen! Hey! Wir haben einen vollen Tag für Arbeit, Trash! Ja, hau raus! Weitere Zeit, Kat-Man! Was war das denn? Ist Foamgun in unserem Kopf? Ist das einfach nur eine... ...Imagination? Du denkst, das ist ein bisschen eine schuldige Vakation? Wir haben Arbeit zu tun! Ich bin auf, Wizard. Ich glaube, ich bin an dieser schuldigen Routine. Was hast du vorhin gemacht? Was war das? Well, ... 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 verkünden ... ... ... ... Das geht arg ins Geld hier alles. Ich kann nicht mit ihnen quatschen. Ach, wie schade. Wir haben einfach einen zweiten Chaos Punch Automaten hingestellt. Das ist ja langweilig. Oh, wie cool. Das sind ja die zwei aus dem aus der Midnight Rider Bar gerade. Ja, nice. Das ist schon cool, dass sie hier auch ein paar Leute davon hin verirren. Schnieke. Schnieke. Aber uns geht das Geld aus. Das ist schweineteuer. Ich muss mehr arbeiten gehen. Hey, sie. Okay. Nichts mit dem Exorzismus. Interessant. Hm. Dann darfst Feierabend für heute machen. Also, in-game jetzt erstmal. Okay. Das ist das Ende davon. Ich werde mir meine Mutter eine Besitzung geben. Ich werde mir warten. Oh, okay. Oh, interessant. Ich hoffe, er kommt unbeschadet zurück. Noch einen Tag bis Jazzbays. Woher warst du, Catman? Gechillt? Du bist ein leise dummer. Ja, sorry. Morgen, Mann. Zeke hat es. Sieht, wie sie mit dir spricht. Geht klar, aber ich quatsch erst mal mit euch. Vielleicht auch fünf Stunden. Vielleicht auch fünf Stunden. So, hilf mir. Das ist so, 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 so bürgerlich. Ich verstehe dich, Kind. Ich mag die Arbeit auch nicht. Wie sind deine Ausbildung in der Schule? Schade, aber okay, ich glaube. Du denkst, das ist schwer, wenn ich in Japan studiere. Das wäre toll, was du da hast. So, was hast du da gesagt? Wenn ein Fahrzeug von Rest zu einer Geschwindigkeit von 25 Metern pro Sekunde in 30 Sekunden bewegt, was ist seine Erhöhung? Meine Gedanken sind genau das. Ich verstehe nicht, warum ich das muss lernen. Ich sehe keinen praktischen Use in der realen Welt. Vielleicht, wenn du denkst, du bist ein Physik-Engineer oder so. Uncle Knife weiß das nicht, und er pilotet einen Mach. Das ist 5,6 Meter pro Sekunden Quadratmeter, Typ. Was? Was? Wie geil. Dude, woher weißt du sowas? Ich glaube, ich habe gut Kardio. Ich bin bereit für einen Marathon. Wie hast du so groß gemacht? Du bist so großartig. Du warst so großartig. Du warst so großartig. Es war nicht einfach, Typ. Aber ich mag nicht, wie ich war. Ich habe zuerst hart gearbeitet. Aber wirklich? Einen richtig ist das, was mich hierher gebracht hat. Ich genieße es so viel. Ich beantworte meine Körpern. Das ist etwas, was ich exklasse. Ich wünsche, dass ich die Muskeln gewinnen könnte. Ich wäre zweit als großartig als du. Ich würde lieber nicht leben, um das zu sehen. Du kannst irgendeinen Körper haben, Typ. Ja. Aber ich bin ein bisschen glücklich, ihr Leute. Ihr könnt eure Körper durch Schmerz und Resilienz aufbauen. Ja, tut doch Geld. Alles, was du hast. Alles, was du hast. Du hast es gewonnen, Donkey. Aber du wirst niemals schlafen Pee aus deinen Augen. Du wirst nur noch warten, bis ich genug Geld bekomme. Ich werde ein walkinger Tank. Eine Pee-Machine. Du bist ja eine Pee-Machine. Alles, was du machst, ist alles aufbauen. Haha. Geil. Arbeit die Kälte, Donkey. Sie sind Schlag für eine excellente Fußarbeit. Erinnere dich das nächste Mal, wenn du pilotierst. Es ist alles in den Händen. Es ist alles in den Händen. Ich bin mir da nicht ganz so sicher. Lass mich alleine, Kapitän. Oh, fuck. Da war irgendwas mit seiner Mama. Sheesh. Ich schaue jetzt nochmal bei Fancy Jack vorbei. Quatsch nochmal mit ihm. Der wird wahrscheinlich immer noch sagen. Lass uns was zusammen machen. Das hat einen ganz bestimmten Grund. Ich möchte arbeiten in der Zwischenzeit, weil wir auf jeden Fall nächste Folge nochmal zum Arcade gehen werden. Und ich muss ja den Meck auch noch reparieren können. Von daher werde ich da ein bisschen Zeug ausgraben. Hey! Lass uns mal wieder ein bisschen ausziehen. Gut. Leute, ich werde mich inzwischen in Folgen auf die Suche nach Ananas machen. Also eingegrabenen Ananas. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Bis dann. Und ciao. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis zum nächsten Mal.